Hast du schon mal daran gedacht, in der Türkei zu studieren? Mit deiner Hochschulreife kannst du in der Türkei ohne Aufnahmenprüfung Student werden. Auf der 8. türkischen Universitäten-Bildungsmesse in Deutschland beantworten dir die Direktoren der türkischen Universitäten alle deine Fragen zum Thema Studium in der Türkei, Studienfach, Anmeldezeitraum, Studiumgebühren, Stipendium. Besuchen Sie uns in Köln und seien Sie dabei. Weitere Informationen unter www.turkars.de Der Eintritt ist frei. Untertitelung des ZDF, 2020